Hä? Ihr steuert mit WASD? Ich spiel mit Pfeiltasten. Mach das mal mit LR-Taste Alt und Alt-Groß. Ne, ich mach das mit Steuerung, Windows-Taste Alt und Y. Entfernen. Eigentlich spiel ich nur mit dem Scrollrad. Ich mach mit Steuerung, Windows, Alt und Y. Ihr habt ne Tastatur? Ich hab ne scheiß Trackball. Ich hab nen Wii-Controller. Ich hab nen Taschenrechner. Ich hab meine Gedankenkraft. Was ist das eigentlich für ne Homomusik? Was ist das eigentlich für ein Heid? Son, Alt-M. M. Was ist das für ein Heid? Alt-M. 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 Ne, geht nicht. Hab ich grad gemacht. Jetzt geht's. Warte mal. Ach, die sagen sowas. Ich hab zuerst, ich hab 주세요. Aber für Steuern nicht. Jetzt-M. Ja, ich hab' coil mit euch her. Wir-M. Das-M. Das-M. Ist das für ein Spiel? Geil. Geil. Das war's. Ist das für ein Spiel? Da ist Beta-Beat für mich. Oh, wow. Okay, ich bring dich um. Was ist das mit Beta-Beat? Ja. Vitamin B? Du musst das echt einfach nur Beaten nehmen. Die fertigen Spiele nennt man dann Delta-Games. Epsilon. Jedes Spiel heißt aber Delta. Also mein Spiel hat das Down-Syndrom. Also hast du H&S entwickelt, gell? Ja, und DayZ. Und Arma 3. Ich arbeite bei Bohemia und Daybreak. Ist beides dasselbe? Ja. Beides scheiße. Ich bin... Ist nicht dein Ernst. Du bist... Du dreckiger Jude! Also. Tolle Bude! Ich muss raustappen. Ja, oder? Also mein Teamspeak in dem Fall. Was ist denn bei dem mal los? Der Computer ist scheiße. Mein Computer ist wirklich scheiße. Ja, tut mir leid. Das nächste Mal geb ich den einen besseren. Ich zitiere. Gestern hast du gesagt, mein Computer ist eigentlich gut. Ist er auch eigentlich, aber irgendwie... Er ist auch gut. Er ist nur zeitlich begrenzt und Budget. Also genau wie Elias. Ja, der ist auch nur zeitlich begrenzt und auf Budget. Ich muss doch nicht neu starten, komisch. Im Hintergrund läuft halt immer so ne Scheiße und... Keine Ahnung. Was machst du denn? Jetzt läuft nichts. Dann würde ich mir mal den Arsch erwischen. Ist ja eng. Ich fand die nicht mal schlecht ehrlich gesagt. Wie saßt? Wie saßt? Das ist ja ein Desaster. Ja, leg nur schrub, Linten. Was ist denn das für ne Kacke? Äh, das ist... Da war der Teamspeak erstmal wieder richtig gut. Da kam Ake raus oder was? Da kam Bukake. Bukake? Uh, Bukake! Keine Ahnung, der fand ich Wicke und Morty? Ja klar, kennt ihr davon. Wicke und Morty, beste Serie. Da war so eine Folge. Da ging es auch um das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Um was? Kacke? Masturbation im Keller. Bukake. Echt? Warte. Da gab's ne Folge mit? Wo bist denn du? Da bist du. Das bin ich. Da gab's ne Folge? Da hat halt ein, 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 ein Frau, eine... Ein Mädchen so gesagt. Hello? Ja, ich schau den ganz an. Ich schau bla 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 an. Irgendwie steh ich drauf, aber irgendwie nicht. Hello, what the fuck? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das glaub ich auch besser so. Ah, eh, 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 oh. Ich hab das Gefühl, ich bin jetzt Selbstmorda. Ich hab nur ne Granate, mehr hab ich gar nicht. Da ist ein Spieler im Shop. Welchen? In dem Shop für uns. Was soll ich denn da machen? Ich werfe ein Nate. Ey, ich hab ihn nicht mehr getroffen. Warte, ich kann euch helfen. Warte, hab ihn nicht erwischt. Ich hab ne Eier. Die befighten sich anscheinend gegenseitig. Warte, ich helfe euch mal, wartet. Warte, neiiiit. Ich hab sieben AP. Das schaffst du nicht mehr, wenn du dich jetzt verbindest. Doch, doch, ich hab's geschafft. Machst du ihn? Ja, ich hab ihn. Wir fliegen zwar in seine Säcke. War da noch jemand? Schau. Geh mal außerhalb vom Shop. Passt auf wegen seinen Nades. Hinterm Shop ist Clear. Im Shop ist auch Clear. So weit. So weit. Ich rauch mich mal kurz ein, um in Ruhe zu kommen. Du rauchst dir kurz ein, ne? Ja, er raucht erst ein, um sich zu beruhigen. Oh nein, Smao. Achso, okay. Ich hab den Witz jetzt erst verstanden. Bring mich um. Oh, der hat noch eine Stimme gehabt. Ich dachte halt wirklich, dass die Elias Raucher ist und der sich erstmal wirklich eine anmacht. Ich hab das erst gereilt, als du das gesagt hast, dass du jetzt das kapiert hast. Ja. Oh Mann, ey. Ich bin so ein Bob. Ach, das ist erstmal deine Smoke gewesen? Ja, meine Big Smoke. Ohhhh! Ohhhh! Alter, bei Elias klingt so, als würde man auf dem Klo sitzen. Ja, das ist er ja auch. Der hat keinen Gaming-Stuhl, der hat einfach so eine Toilette. Ja. Wie ein Fahrzeug. Ach Quatsch. Neu von DX Scheißer. DX Scheißer. Wenn du genau hinhörst, klingt das Rauschen im Hintergrund bei Julian. Also das ist kein störendes Rauschen, das ist so ganz ganz leise. Ja, das ist meine Stimme, das ist kein Rauschen. Nee, nee. Klingt den Fahrzeug. Als war beleidigt worden von Elias, Elias haut raus. Ach, das ist doch keine Beleidigung. Wenn Elias in die Fresse schieß, dann ist das witzig. Komm, bleib steh, Elias. Das habe ich schon gelootet. Das ist gleich der Bob. Hast du nicht gelootet? Oh Mann. Disrespect bei Elias. Spast! Komm mal. Jetzt, ich und Auto. Tarö, tarö. Im Osten. Im Osten? Süden, Osten, Süden, Südost. Sudan. Das ist ein Airdrop da ganz hinten. Das ist ein Airdrop, ja. Da ganz hinten. Oh oh. Schießen auf uns. Oh Gott, die schießen auf uns, ja. Ja dann, schießen wir zurück. Ja dann. Oder lassen wir die kämpfen und dann locken die sich selber zu denen. Ich sehe es kaum, dass ich sterbe, weil mir irgendjemand einen Headshot drückt. Ich sehe es kaum, dass ich sterbe, weil ich einfach explodiere. Bühnenmenophor. Für das Fahrzeug. Ich will nicht gesehen werden. Wie eindrücklich. Wir haben uns doch eh schon alle gesehen. Gar nicht. Als ob da jemand auf einen einzelnen Spieler geachtet hat. Röste ziehen sie magisch an. Ja. Das ist wie ein Magnet. Das ist ein Magnet. Der dritten Art. Des dritten Reichs. Lol. Oh, hier ist eine laminierte. Braucht die jemand? Nope. Elias? Nein. Das ist meine zweite. Ich brauche doch eine. Hallo. Oh Gott, ich muss niesen. Achtung, prepare your anus. Ja, geil. Achso, ich dachte du hast dich nicht dafür gemutet oder so. Nee. Konnte ich nicht machen. Geht nicht. Gebet nicht. Hatte man noch ein Klebeband? Ja. 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 Ich hab keins. Ah, eh, eh, oh, oh. Du bist eine blöde Kuh. Danke. Homo und bring dich um. Peter, trink doch bitte Bleiche lustig. Nein, äh. Nein, ja. Bring dich mit Bleiche um. Wieder lustig, Peter. Wambu... Wambu. 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 Wambu, wambu, wambu. Bambu Bambu Bambu, je. Lalalala. Yallah. Bimbo Bumbo Bumbo, du bist ein Mongolo. Disrespect, über 9000. Über 9000! Jee. Jee. Also gute Nachricht, bist du noch safe? Schlechte Nachricht, nicht mehr nach. Wie lange? Da hast du einen Spieler vor mir. Nein! War nur einer, war nur einer. Hast du ihn? Nein, ich hab ihn nicht, aber er ist direkt vor mir. Am Baum ist er. Ich geh näher hin und werf eine Granate auf ihn. Ja, ich geh auch näher hin. Halt ihn mal, halt ihn mal in Schach. Ne, ne. Das ist ein Witz. Schön. Ich hab ihm die Rüstung voll runtergeschossen. Das ist echt ein Witz, ey. Wie ich halt nichts... Ich bin nach zwei Schuss tot mit einer Weste. Warte, du bist ein Loi. Wie bist du bitte gestorben? Der hat mich einfach erschossen mit zwei Schuss. Kommt die Ecke, bam, bam weg. Ich glaub, da war noch mehr in dem Hangar drin. Er hat... Ne, der war allein. Ey, Hangar. Ich sag immer Hangar. Er hatte auch ne Weste. Manchmal kann ich mir auf nem Schenkel fixen. Was? Willst du auf meinen Schenkel fixen? Ja. Mein Doooog. Warte bitte. Bingo, bingo, bongo, bongo. Alter Akba. Das ist alter? Ja, der alte Akba. Und ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade auf, dass Admiral Akba aus Star Wars eigentlich Admiral Gott heißt. Nee. Nee. Heilig. Admiral Heilig heißt er. Der Heiliger Admiral. Das hat Akba, ne? Ich habe gepupst. Admiral. Ich habe gepupst. Es gibt eine Meme. What the fuck? Meme. Es ist ein Schwab. Ach stimmt. Es ist ein Schwab. Auto. Das Bild. Das ist ein Auto, ne? Genau vor uns. Und die Hupen. Elias. Hm? Was? Haben Sie das Sprechen verlernt? Hm-hm. Ich denke nur gerade nach. Brüchen. Das ist ein Schwab. Das ist ein Schwab. Es ist ein Schwab. Ich würde sie schiefen. Ich würde sie schiefen. Ich würde sie schiefen. Der echte Betty Bang! Wieso echt? Alter, ich hab 47.000 Punkte! Warum? Vor uns ist ein Jeep, in dem Baum. Ich hab 45.000. Oh Gott! Solltest du vielleicht sagen, bevor du schießt oder nicht, während du schießt? Drei Minuten später, ich schieß mal drauf! Mir fällt grad was auf beim Schießen, du musst gar nicht korrigieren! Du, ähm, du verziehst zwar, aber er geht trotzdem wieder auf die Ausgangsposition zurück. Ja. Das ist richtig krank, das heißt, du musst gar nicht, ähm, zielen. Naja, doch. Nur einmal halt. Du brauchst dann nicht korrigieren. Also einfach nur zielen und gedrückt halten? Einfach zielen und schießen? Naja, gedrückt halten nicht. Ja, das ist was ich mein. Wenn du einmal drauf bist, triffst du immer auf den gleichen Punkt, obwohl er verzielt angeblich. Außerdem das Fahrzeug, äh, da waren keine Spieler. Deswegen sind Aim-Bots so effektiv in dem Spiel. Warte, hier liegt ne Leiche. Nicht jetzt? Ja. AK und AR Muni. Äh, AK und, äh, Shotgun. Und ein Elm. Jo. Also kannst du theoretisch auch einfach dauerhaft raufsplayen. Wenn du halt drauf bist beim ersten Mal. Dann ja. Und er sich nicht bewegt. Es sind nur noch 14 Teams, aber trotzdem 43 Spieler. Das mag ich nicht. Mag ich auch nicht. Hm. Vor allem haben wir kein Fahrzeug. Das mag noch weniger. Ein Team, ja. Der Lauf-Simulator ist schon ein bisschen bitter. Ja, DayZ wollte ich jetzt eigentlich nicht spielen. Also da hinten steht keins, aber da hinten, wo ich grad den Lauf könnte einstehen. Ja, DayZ wird zwar gut. Ja. DayZ, der Wander-Simulator. Für 40 Euro, wenn es Beta reicht, wenn es Wander-Stöcke gibt. Wenn das die Beta erreicht, dann ist COD mal kein Scheiß-Spiel. Da steht auch kein... Na doch, COD ist immer noch ein Scheiß-Spiel, aber nicht so scheiße wie DayZ. Nee, aber wenn DayZ mal die Beta erreicht, dann ist COD kein Scheiß-Spiel mehr. Ja, okay. Das Spiel würde dann nie die Beta erreichen. Ja. Weil es sich auch noch weiterentwickelt. Das hat doch irgendwie einen Entwickler-Gerk. Jetzt hab ich das erst verstanden. Ja, lol. Was? Den Witz von dir mit dem COD und DayZ gerade mit der Beta. Der ist sogar mit Schlüssel und allem Witz. Stell dich mal ganz kurz rein. Da kommt ein Fahrzeug auf uns zu. Jetzt hast du uns gesehen. Drei Leute. Good day. Ich würde sagen, wir fliehen, oder? Oh, da kommt ein zweites Team. Da kommt ein zweites Team. Alter, der hat mich durch die Smoke gekillt. Ich wollte fliehen und das Auto hat nicht funktioniert. Hast du den Schüssel rausgenommen? Ja. Geil. Danke. Ich dachte, du steigst auf. Was machst du? Du versteckst dich hinter dem Baum. Weil ich eine Gaskanade geworfen habe. Wow. Du hast nicht mal eine Gas geworfen. Du hast ein Rauch geworfen. Du willst da jetzt kämpfen. Nein, ich hab doch gesagt, gehen wir. Ja, danach, als ich zu dir gerannt bin und die Deckung war und geballert habe. Sag das halt ein bisschen früher, Elias. Du darfst... Oh, fuck. Du darfst... Du darfst... Du darfst...